Kein Bock auf Schule. Papa ich bin krank. Du gehst trotzdem zur Schule. Ich weiß der klappt nie. Papa ich habe Fieber. Liegt am Handy ab zur Schule. Papa mir fehlt ein Bein. Das liegt am Handy ab zur Schule. Papa. Ja? Ich wurde entführt. Das liegt an einem Handy und du gehst trotzdem zur Schule. rr